Ja, fragt nicht warum, fragt einfach nicht warum, ähm, der Suchti wollte mehr Stoff, auch wenn es laggt und ich weiß, dass es laggt und es wird auch immer laggen, hier könnte ich mir ein Schwimmbad hinbauen, mein heutiges Ziel, ich will mir ein Bett bauen, ja, aber ich hatte doch letztes Mal Kohle drin gesehen, meine ich, zumindest, war das hier, oder war das eine Höhle weiter, das war eine Höhle weiter, oder, ja, da können wir uns nämlich endlich mal Fackeln machen, und, ähm, ja, habe ich hier eigentlich schon eine Steinspitzhack oder ist die schon weg, nee, da ist sie doch noch, naja, fast kaputt, aber geht's wenigstens etwas schneller für den Moment, ähm, heute Musik von Family Drift 7X, allgemein meiner Meinung nach der beste, äh, wenn's um Videogame-Cover geht, Videogame-Rock-Cover muss man dazu sagen, ähm, momentan Prelude von Final Fantasy allgemein, kommt ja in jedem Final Fantasy vor, nur mal so zur Info, für uns interessiert, und da ist sie auch da unten, ähm, ja, so, ist das hier überhaupt eine große Höhle, oder, ah, die ist verbunden, okay, jetzt musste ich gerade an ein Zitat aus Kingdom Hearts 1 denken, aber egal, so, ich bräuchte auch mal ein bisschen mehr essen, und eigentlich habe ich ja hier Haufen Pilze, aber auch eine kleine, also, äh, auch nur so, dann sind sie ja immer, ähm, ich bräuchte nämlich auch einen roten Pilz, dann habe ich ja Pilzsuppe, äh, Pilzstoo, Champignonstoo, Mushroomstoo, genau, Mushroom. Ja, dann ist ja mein, äh, Kollege, mein Kumpel, mein, äh, Bro, ja, was weiß ich denn. Erstmal, ach, ich darf da Holz abhacken? Na, dann mache ich mir mal eine, äh, Steinspitz, äh, Spitzhacke, sondern Stein, äh, wie heißt denn das jetzt? Stein, Axt. Okay, ich weiß nicht, was ich da geraucht habe, dass ich das da reingelegt habe, aber egal. Ach, super, ich darf sogar noch nicht mal eine machen. Ähm, ja, schön, dass wir das geklärt haben. Eigentlich ist es jetzt scheißegal, welches Holz ich abbaue, weil ich ja nicht mehr vorhabe, irgendwelche Art Uneinrichtung zu machen, also, äh, ist der Baum da jetzt dran. Der sieht eh so scheiße aus, also, ja. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann wird er nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist. Ich bezweifle zwar, dass er es jetzt schon weiß, aber so wie der wächst, da weiß er es nicht. Ich meine, manchmal, die Bäume im Minecraft, wachsen manchmal so scheiße, das sieht nicht schön aus. Das sieht einfach nicht schön aus. Hm, vielleicht mache ich auch ganz random mal eine Höhlenerkunde. Vielleicht, vielleicht, ha. Wie viel habe ich denn? Du, 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 du. Ah, der Mega-Min-Medley. Ah, das rechte, erst mal. Ich hätte mir auch Holzkohle machen können, aber natürlich denke ich nicht dran. Jetzt sieht der Baum noch verschissen aus. Naja, jetzt da. Naja, geht noch. Also, vorher sah er ja auch nicht besser aus. Ich wüsste aber auch gar nicht, was ich jetzt in der Höhle will. Außer vielleicht ein bisschen Kohle holen, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Nein. Ich will nicht, dass ich die ganze Kohle rausholen, obwohl Preußen, also, ja, zum Beispiel so, für einen Brennvorgang. Aber ich tue erst mal, ähm... Können die hier spawnen? Ich weiß das nicht. Ich glaube, vorerst selber würde ich mir lieber mal hier eine Fackel in den Binnen hauen. Also hier haue ich mir. Nee, hier... Hm, das ist eine gute Frage. Weil hier außen ist ja eigentlich beleuchtet durch. Ne? Aber ich weiß, was ich mache. Genau. Genau, das mache ich. Genau. Okay. So. Oh, du bist ja auch noch da. Hallöchen. Hm. Da muss man jetzt auch noch mal was. Irgendwas Künstlerisches. Das ja, irgendwie, weiß ich nicht. Bietet sich doch gerade so an. Vielleicht die Bestrafung... Der Bestrafungsbrunnen oder so, Kilometer weit runter. Oder... Ich vernetze das mit meiner Wohnung da hinten. Auf irgendwelches Gorillen-Arten-Weisen. Wenn ich mir jetzt noch mal kurz ausrechnen muss. Ah, die war was. Könnte ich so eine Art Fluchttunnel bauen. Dann bräuchte ich dafür aber auch Sheen, damit ich da schnell genug wegkomme. Es sei denn, dass... Äh... Mein Cut ist dann so geil wie bei Niko LP im Let's Play. Ja, ja, ja. Ah, schön, schön. Ach, wo wir von ihm reden. Da ist er doch gleich schon online, ne? Hm. Aber ich überlege gerade noch, weil ich so schönes mache hier. Vielleicht mache ich... Ja, was möchte ich denn? Ich, ich... Erstmal eine Reihe frei hier hinten. Mal gucken, was dann draus wird. Vielleicht noch eine Reihe frei, man weiß es nicht. Ich mein, irgendwas... Kann ich doch sicherlich draus machen. Vielleicht irgend so ein Unklar für meine Rohstoffe oder so. Damit mein Haus nicht so zugemüllt ist. Das fängt gar mal so schlecht. Habt ihr mich angeschrieben? Ja, ich schätze schon. Ich bin gleich wieder da. Nicht Firefox öffnen. Egal. Jetzt hat sich Firefox geöffnet. Von mir aus. Aber ne, äh... Der Niko, der wird wieder stinkern. So wie er es gerne mal so zu fliegen tut. So. Irgendwas kann man doch immer aus Dreck machen. Dazu ist Dreck da. Was ist hier zweit? Ne, ich hab's mal. Es! Ach so. Schon wieder. Immer und immer wieder. Vielleicht sollte ich mich mal wieder töten oder so. Naja, ich hab hier so eine... Selbstmordgrube vorm Haus oder so. Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. So unschlau wär das gar nicht. Ich mein, dann ist mein Hunger wieder voll. Meine Leben sind hier ja voll und keine Probleme mehr. Nur halt dann immer mal wieder einfach so mein ganzes Zeug ablegen. Dafür mach ich mir hier grad einen Vorratsbunker. Die gemeinschaftlichen Vorratsbunker. Und zwar. Oder wo ist da jemand gerade? Ach, ich geh da jetzt nicht ran. Lass es klingeln. So. Vielleicht leide ich diesen kleinen Bunker ja noch von innen aus. Wollte ich grad sagen. Mir geht doch nicht etwa der Dreck aus. Ich mein, der Dreck, ja. So, wenn nicht ist das... Oh, ein Creeper. Ich mein, wenn nicht ist das auch noch so ein kleiner Schutzbunker, falls die Zombie-Apokalypse dann so ausbricht. Mein scheiß Steindach rauf. Ich würd sagen schon. Damit jeder sieht, aha, ist das ein Bunker. Ich glaub, sonst würde man das nicht erkennen. Weil das sonst Dreck wär. Na gut, jetzt ist ja auch kein reiner Dreckbunker mehr, aber... Ja. Ne. Versteht schon. Vielleicht sollte ich ihn noch mit so'n... Mit so'n Lava umziehen. So drumrum ziehen, so. Wenn ich dann mal ein Bucket habe, dann geht das sicherlich alles ganz schnell. Ich hab mir nur eine Sache nicht überlegt, wie ich ohne Schaden hier runterkomme. Besonders wenn dieser Kollege da steht. Ach, ich hab euch jetzt nur was für. Und zwei hab ich noch. Und jetzt kommt das. So. Ich dachte grad schon. Ähm, damit mir hier drin nichts spawnen hat, auf jeden Fall was. Jetzt brauch ich nur noch ein Treppchen. Joach, so ein kleiner Dreckbunker, das ist doch was zu feines. Ähm. Na, muss ich noch mal ganz schön nach Hause. Oder das. Ähm. Ja, mal schnell. Was wollt ich noch mal machen? Achso. Tür und ne Treppe. Ja, vier Treppen, wenn sie umdrehen wollen. Ach, Kistenmajorg, gleich noch zwei Stück. Für alle Anfang ist ja schwer. Ah, das ist bei Marke Overworld-Team. Oh, jetzt hab ich mir drei Kisten gemacht. Wie schade. Ähm. Ah, die Truhe ist für alle Fälle da. So, diese kleinen Scheiß-Truhe. Falls ich mal irgendwie einen Ausflug mache oder so. Gut, dass wir es geklärt haben. So. Da können jetzt schon mal keine Treppen hinfällt mir grad so. Ah, stimmt. Man kann ja nur Zweier-Truhen machen. Das ist natürlich scheiß für die Symmetrie. Und dann hier eine hin und dort eine hin. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir es im Betrie. Das ist Triforce hier. Kann ich ja nicht so Triforce hinhauen. Aus gelber Bolle dann und so. Das ist das der Tempel der Zeit hier. Ist zwar ein bisschen verdreckt, aber... Na ja. Mal hier... Na ja, nee. Das behalte ich mal noch. Super, jetzt habe ich das, aber... Irgendwie... Gebracht hat es mir jetzt nichts, oder? Oh ja. Das ist heiß. So. Genau. Ich wollte mich ja noch mal schnell umbringen. Ah, so. Tup, 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 tup. Ähm. Ja. Ich sollte mir... Da müssen wir noch so ein Sprungbrett bauen. Das gibt ja gar nichts wie dein Sprungbrett. Merkt euch das. Ähm. Da muss ich mir noch mal zum Hinterkasten bauen hier. Und dann muss ich es noch mehr Treppen machen. So. Na, das Dungeon Siege. Siege. Damit wäre mein Dreck auch weg. Pff. Und dann muss ich... Oh, ich... Ehrlich gesagt... Den... Was? Ah, hier. Den Dreck wollen wir nicht verlieren. Ja. Dann muss ich mir eine Steine an die Sprungschatze. Und irgendwas packt hier gerade dann hier rum. Oder eine aus Holz. Damit die wieder abbrennt. So wie in ein Haus. Damit wieder meine Träume zerstören. Und dann muss ich mir eine Steine anbauen. hier rein doch so sie nur noch so einen Zaun machen auch da habe ich die Nacht durchgebaut und das ist ja natürlich blöd eigentlich würde ich noch mal nicht so mit ein paar Zombies betteln aber naja habe ich auch irgendwie nach vorne gekriegt ich dachte schon ich dachte schon der Bart war ganz gemütlich so dann brauche ich mir noch schnell eine Tür für den Hinterausgang ja wäre es das dann auch soweit sozu auch immer ich mir jetzt eine Vorratskammer gemacht habe ach so ich brauche mir eine Kette jetzt ist das ja scheiße hier ich hatte doch noch einen oder ja ich hatte noch eine ich nenne es moderne Kunst aber ich glaube das sehe ich so 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 jo wie sie sagen ist gut so jo so 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 so